Hoffentlich kann ich die Bleichhaut ganz allein töten, damit ich die Belohnung nicht mit euch trotteln, teilen muss. Ja, klar. Ich komm mal kurz hoch. Mal schauen, wie du das dann findest. Wie der Hammer so stark werden konnte. Was meinst du, wo er trainiert hat? Bei deiner Mutter. Ach komm schon, wirklich? Wo sind sie denn? Wo denn? Die da? Na, puh. Warum bin ich noch mal wieder hier? Äh, ich will da hin. Ui, aber erst mal ruhig mehr Elbengeschosse. Mende dich nur kleiner Wurz. Ha ha ha! Awa! 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 Zod, zack, 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 zack! Ow! Aaaa! 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 Altaaaa! Aaaa! Alta Schwede! Oh! Oh oh! Traum weiter! Altaaaa! Aaaa! Aaaa! Oh oh! Nein! Woohoo! Aaaa! 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 Keine Sorge, danach bring ich dich um! Ich brauche mal kurz das Pflanze! Aaaa! 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 Aaaah! Sammle Kräuter! Ja, das weiß ich auch schon, aber das wäre schöner wenn ich die Kräuter auch so sammeln könnte. So, direkt der da. Uuuuh. Ja, wir gehen jetzt aber da hin. Fui. Ah, coole. Was, das war's schon? Bats! Und nehmen wir die Pflanze auch noch mit. Ich vergesse immer die Tastenkombi. Ah, ah, ah! Bats! Hihi. Finde das cool. So geht das. So sammeln wir nämlich auch schön EP. Redbacks macht Hunger, wächst beständiger an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Haaren. Saurons. Belohnung plus 40 P. Am Nehmen. Das ist ein Verlorenes Duell, du Narr. Hierhin? Ist das, ist das gut? Ich nehme mich einfach hin. Verhalten wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Ja, aber es ist... Blinde die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Klar, ich hoffe, ich habe aber nicht nur genauso viel Zeit dafür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hört sich nicht gut an. Oh oh. Was? Wo ist denn der Letzte? Da. Na, komm hoch. Hoch. Machen wir es halt von oben. Genug gesucht. Genug gesucht. Der Urug ist tot. Na und? Na, komm hoch. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Joa, wer ne meins. Aua. Wow. Nein. Ey, wieso macht der grad nix? Alter. Nein, wieso nicht? Ich ziele auf den da. Nein, der hat Dingsangriff. Ein ebenbürtiger Gegner. Wir werden nicht auf den Platz. Guck, guck. Denkst du auch, ich bin blöd, ne? Wow, ihr habt ja gar keinen Fokus mehr. Deine Leiche wird vom Narchos baubelt. Na gut. Dann halt so. Wow. Ja, ja, wenn du meins. So, jetzt hab ich dich. Wenn die Gesundheit eines Hauptmanns tief genug singt, grün, kannst du ihn erreifen. Halt der B gedrückt und der Hauptmann sein Reifendrück in dein Arm und zu hören. Denk dran, nur lebende Hauptmänner können verrat werden. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Ist mir schon klar. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streibmacht. Hauptmänner sterben danach. Ach, Streb. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen, als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Drücke A, um fortzufahren. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Brock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze L, um Brocks Herrn auszuwählen. Morg. Brock Morg. Altgedienter Häuptling. Kann kaum sein Verlangender Unterdrück in einem Lebewesen Schmerzen hinzu. Oh. Um Informationen über einen Häuptling zu erhalten, musst du einen Hauptmann oder einen Wurm führern. Wenn du einen Häuptling hervorluckst, werden auch seine Leibwächter erscheinen, um ihn zu beschützen. Super. Neu hilft. Entscheidungs-Kampf-Auftrag ausführen. Diese Aufträge findest du in der Nähe seiner Festung vor. Okay. Drücke RT. Okay. Ja, Handy. Ist gut. Ist gut. Ich dachte nur, dass wir... Halt. Halt. Wollläufer. Sieh mal. Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast ein leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Oh, X. Yo. So, Auftrag abgeschlossen. Ja. Ja. Ich hatte eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Ich habe es übergraben wie alle, die ich je kannte.